Hallo und herzlich willkommen zurück zu COD WWC, wir haben gerade Oberst Fischer befreit und versuchen wir noch die Bomben an den Zielort anzubringen. Die hat nichts gehört. Ich hoffe wir jetzt kommen. Ups. Ich soll mit dem Umfeld nicht sichtbar werden, während ich kein leichtes Messer schieße ich ihn lieber. Hier glaube ich noch. Ah, ich habe noch ein paar Schuss. Und hier oben ist es zu perfekt. Das heißt, das Haus ist sicher. Oh, tut mir leid, Jungs. So, hier. Bring mir mal die Bombe an. Nur noch eine. Wo ist denn der andere Dutin? Aufschließen hier. Auf, 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 auf. Muss ich dir erstmal hochgucken. Also, dass ich nichts überraschen kann. Muss ich jetzt komplett auf die andere Seite, oder was? Ohne Erinnerung. Perfekt. So, den haben wir ja. Tut mir ein bisschen leid für den, aber naja. Ich muss auf die andere Seite. Der liegt richtig scheiße. Fuck. Fuck, fuck. Das kann nichts gut sein. Nichts mitgekriegt. So. Einfach durchsperren, wenn da was kommt. Da merkt auch keiner was. Ist schon ein Hund. So schnell hier hoch. So schnell wie möglich. Gar nicht lange. Alles schön leise. Wo muss ich hin? Warte mal, was gab's denn hier? Gab's hier auch irgendwie? Na. Sieht scheiße aus. Ich klaufe nicht hier rüber. Da hin. Ohne Betreten des Gebäudes werden alle Papiere überprüfen. Jawohl. Ihr Informierungen geht sicher. Und das hätte mich jetzt fast schon wieder gesehen. aus welchen Gang muss ich denn jetzt? Am südlichen. Wenn das das nördliche ist, ist das südliche hier. Guck mal hier. Zack. Still und heimlich weggeknallt. Platz nicht schon. Zack. Uuuhh. Uuhh. Uuhh. Fehlalarm. Es ist niemand hier. Nope. Oder ist der hier? Guck mal. Ja, der merkt das an. Einfach anbringen, ja. Zack. Jetzt liegt es bei Ihnen und Ihrem Team, Daniels. Perfekt. Sie sind spät dran. Wir sollten gehen. Nicht schießen, bis die Tore offen sind. Bereithalten. So. Perfekt. Alles klar. Das ist unser Signal. Ist ja... Ich hab's schon noch hier dabei. Oh. Perfekt. Oh. so so ist immer euer so 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 der Das war ein Vorteil, da gibt es quasi eine Drabe überhaupt nicht. Gehen. So, hier ist er. So, hier ist er. Woah, fuck. Das geht hier hoch. Lass ich mal healen. Vorrücken. Fuck. Ja, mit dem Heal. Perfekt. Und weiter vor. Und mal weiter. Halt noch. Halt noch. Halt noch. Schau. Ich bin für uns. Das wird schon weiter vor. Los, Jungs. Kommt nicht. Heißlosen. Fuck. Ähm. M-M-M-M-M-G. Schmeiße eine Granate. Wir brauchen mehr Munition, da. Verdun, der schießt hier mit voller Kanade rein. Nödi. Sniper. Ich bin ja ziemlich unschuldig, ob das nehmen soll. Aufwindungsfeuer 8. Es wird immer weniger. Weiter drauf. Nein. Weg mit dem. Gut weiter. Ja. Ach, scheiße. Da waren Hunde drin, ne? Ach, scheiße. So, Jungs. Was? Crowley. Die Garnison ist fast gesichert. Es ist noch nicht vorbei. Die Deutschen starten bald einen Gegenangriff. Wir brauchen Verteidigungen. Mir nach. Jawohl. Hier. Sie schon sieht. Das Gebäude. Da sind eigentlich fast alle tot. Feindliche Truppen. Wir werden was angreifen. Der Deutsche ist noch drin. Wir müssen ihn töten. Mach auf. Achso, ich muss das aufmachen, ja. Kampflinter. Du so brauchen da drin raus. Das Foyer sichern und das Gebäude durchkämmen. Feindliche Stärkung. Du fängst aufmachen. Gehen wir es an. Ich kann nicht sehen. Ich muss nicht. Geh auf. Geh auf. Geh auf. Geh steigen. Ich seh zu wenig. Geh auf. 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 es hätte ja mal sein können dass er auch wenigstens weg geht dann mal los fangt auf den boden raum sicher wir brauchen verteidigung ist ein sniper von hier aus sehen wir wenn sie kommen wenn sie zu nahe kommen nimmt die molotovs die ersetzen was ach die ersetzen die gesamte stadt kämpft mit uns wir haben es fast geschafft sie werfen rauch auf die straße siehst du bist noch nicht ach da hinten alle anderen warten bis sie in reichweite sind ich muss mich so weit weg halten warte boh wo weichen begreuen weg mit euch Da! Ich ziehe das! Nachladen und ich... ...dauere Fenster. Granate. Wo? Fuck. Zack. Wir fangen... Was? 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 Wir müssen hier weg! Komm schon, Daniel! Ach, ja klar. Gott, der Mann ist dabei! Achtung, Halbkettenfahrzeug! Daniel, mach dir diesen Ponserschreck mit den Halbketten aus! Sieh auf die Halbketten! Alle, was zurückzieht! Wir fielen sich zurück! Zurück! Komm! Wir haben es geschafft! Wir haben sie zurückgedreht! Zack! Oh, das ist fast die eigene weggeknallt. Wir haben es geschafft denn jetzt! Zurück zu den anderen! Wir fassen nach vorne! C'est fini! On est libre! Dix! 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 So, Jungs! Mission complete! Statt des Lichts Champagner und Kaviar Wir haben eine geschaffen, wir haben ein Leben gerettet, beziehungsweise drei, um genau zu sein, und zwar alle die im ersten Stockwerk So, wo geht's jetzt hin? Kollateralschaden, ist das die letzte? Nee, gibt's ein Pfeil, 18. Oktober 1944 Wir sind jetzt mittlerweile sehr weit, wir gehen jetzt Richtung Niederlande, Deutschland Oktober, wir sind in Aachen, die Krautfresser kämpfen wie die Teufel, denn die Alliierten sind zum ersten Mal in eine ihrer Städte eingefallen, aber nicht zum letzten Drei Heldentaten, drei Erinnerungen, Aachen, Deutschland Und wir nehmen die Schwierigkeitssäugner wie eh und eh Wir dachten, die Befreiung von Paris bringt uns schneller wieder heim, aber der Ärger fängt gerade erst an Wir kämpfen nun in einer Stadt, Aachen Die Krautfresser halten aus gutem Grund daran fest Wir bohren ein Loch durch ihre Westgrenze Davis schickt uns nach vorn, Block für Block, Haus für Haus Er nennt es alle Ausschalten Turner und Pearson sind sich uneins, seit wir hier sind Der Stress belastet uns alle Zeit für mehr Blut und Kämpfe Wenn ich den Befehl gebe, ist das die verdammte Mission Hey, machen Sie voran Wir müssen bei Einbruch der Nacht da sein Hey, der lag hier rum Ist von deiner Frau Du sollst meine Sachen doch in Ruhe lassen Welcher Trottel lässt einen Liebesbrief ungeöffnet? Äh, das ist vielleicht ein Abschiedsbrief Lies die Anschrift Sie schreibt Daniels, nicht Red Ohne Grund ist niemand so förmlich Ich sag's ungern Ich glaub, sie macht Schluss Aber hey, vielleicht ist das Schrödingers Brief Weißt du, solange er zu ist, gehört sie noch dir Au, das ist das Schrödingers Brief Was? Das hört sofort auf Wir greifen das Stadttheater um 07.30 an Oh Jeder stößt mal an sein Limit Einfach jeder So oder so Ich muss dran glauben, dass du mich noch liebst Wenn ich das durchstehen soll Kollateral starten 18 Oktober, 1904 in Deutschland Kommen Sie, Daniels Daniels Ich hab dich Du kannst mir runter Gott verdammt, wir schlagen sie und sie stehen wieder auf Wir können den Platz nicht mehr lange halten Die Artillerie ist auf dem Weg Maximal 10 Minuten, sagen sie Können auch 10 Stunden sein Lieutenant, wir brauchen Support Panzer Die Panzer schützen unsere Flanke Statt sie jetzt, ich muss das Wir haben keine Zeit zu setzen Du Daniels Sie und der Yellow geben mir Piercen für die Anforderung Bewegung Alles klar, geht Das war das Erste in der nächsten Folge von COD-WWW WWW WW2 Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Erektar und tschüss Was ist das hier